Ach, dann wollen wir mal gucken, was es hier so auf sich hat. Was Neues? Was denn jetzt? Blaster. Nicht gerade mein Favorite, aber naja. Vor allem mag ich die langsame Feuerrate von diesem Ding nicht. Und ihr seht ja schon, was ich meine. Das war auch nicht Wumms, aber das war es auch für mich. Okay. Ach, ich seh schon. Drei verschlossene Kisten und drei Supersprunger. Das hier ist cool. Ah, so ein Superskater. Oh. Oh. So, machen wir mal, dass gut, schön da reinläuft. Unsere Tüfte. Oh, das hält ich ja gar nicht auf. Aha. Und jetzt? Oh. Nächster Schalter. Das hat nichts zu bedeuten. Nee, den Spruch kann ich eigentlich nicht schaffen. Shit. Egal. Oh, ich hasse diese langsame Feuerrate, ey. Dafür war der gedacht. Achtung, meine Güte, was ist denn hier? Ich hoffe, ihr bleibt auch stehen. Ja. Oh, ich mag ja viel. Hier ist das Kacke. Oh, das war noch eins. Okay. Okay. es ist interessant Nicht so sehr, dass ich's mag, aber es ist interessant. Ähm. Wo war der? Wo war der zweite? Oh. Und wie zum fuck soll ich denn da oben dann hinkommen? Äh. Oh, ich muss ja da oben hinkommen, damit ich... Nein! Okay. Timing ist gefragt. Und es ist mein letztes Leben, ey. Ich könnte kotzen. Nein! Oh! Oh, ho, ho, ho! Nein! Oh! Ich will nicht jede Station zweimal machen, oder? Äh, nur weil wir irgendein Scheiß-Design ausgelöst haben. Mit so einer beschriftenden Waffe. Es gibt sicherlich seine Blaster-User, aber trotzdem, ich gehöre nicht dazu. Ich kann's nicht überspringen, ey. Späts, ich weiß nicht. Oh, ich kann's beendet. Ja, oder? ich habe mich schon gut hin, ich habe mich schon gut hin, ich habe mich schon gut hin, das war nichts oh 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 das ist nice immer schon den boden einfärben ja Hehehe So, wir haben das Erspiegel an der Seite. Ah, nee. Hier kommt ja weh, es ist nah zu mir Ich bin Das war es noch nicht. So, was jetzt weiter? Da. So. 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 soll ich mich gleich um den bullshit kümmern oder ich gucke zuerst auf die zweite hausse ich habe drei leute wenn wir was haben wir schon sonst wirst du wenn wir sie nicht Ich habe ihn nicht mehr, ich habe ihn nicht mehr. Oh, hi! Ich hab mich heute gesehen. Nichts! Oh, ich hätte jetzt aber noch was das. Wow! Das hätte auch in die Pose gehen können. Nichts? Okay, nichts. Der hat mal richtig gerade verstanden. Sorry! Ja, manchmal denkt man, sie sprechen Englisch und manchmal ist das nur irgendwas. Oh, mit zwei Schüssen? Oh! Oh! Bye-bye! Ich vergesse, dass ich die auch noch habe. So, Nummer zwei. Und jetzt kommt der Bullshit-Part. Genau der da. Okay, ein besonderes Timing ist gefragt. Nein, ein besonderes Timing hat schon mal bei mir verkackt. Wie ist das so übertrieben schwer? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber dann ist man aber eigentlich auch da unten. Da unten ist schon der Schlüssel. Das hier ist schon die Prüfung, ey. Und was hat's da mit auf sich? Jetzt noch mal, was ich abschließen kann. Nope. Der da unten schleudert mich hier nach oben. Da ist nur ein Checkpoint. Und der da schleudert mich dann hier zur restlichen. Oh, hi! Ich finde das hier schon eigentlich ganz interessant, wie es hier aussieht. Von diesem Möchtegern, ähm, Satelliten. Oh, yes! Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss das Ding treffen, damit das da runter geht. Warte mal. Ich weiß, das ist vielleicht eine dumme Idee, aber... Ist nicht getroffen. Hä? Hä? Ich hab doch aber... Ah, okay. Nichts. Ah. Ach, scheiß drauf. Ich bin eh kein Complicionist an dem Punkt. Ich bin eh kein Complicionist an dem Punkt. Ich bin eh kein Complicionist an dem Punkt. Oh. So. So. Schlüssel 1. Schlüssel 2. Und Schlüssel 3. Und Schalter. Oh, hi! Wir sind immer noch nicht ganz fertig? Oh Gott, so wenigstens hab ich noch alle meine... Ah, meine Leber, ey. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh... Oh, oh 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 oh. So. Oh, oh 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 oh. Ah, ffff, 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 rrrree. so was ich komme einfach mal so was ich mache so was ich mache Das ist ja gut, das ist ja erstmal zu klein, oder wie heißt das? dahin hatte hallo dann an er ist so ein bei links wie so getrennt der artig ist er gut Prozent so noch zwei Welsen da oben ist da unten geht's zur nächsten Stage 16, 17, 18, 19 20 die Partie auf und ab Propeller Land okay fine naja, dann wird man das nächste Mal mal mitsehen, was es auf sich hat damit geht's